so meine freunde was geht und damit ein herzliches willkommen zurück zur nächsten runde warface wir spielen heute mal eine kleine runde sniper auf wunsch wechseln wir einfach mal die klasse und ich bin gespannt was hier abgeht warum bitte abgesmogt ich hab das sniper mensch aber gut wir haben ja zum glück noch eine diegel können wir vielleicht auch ein paar klicks mit verteilen oder so was willst du hoch oder was erster kill zweiter kill noch einer dritter kill läuft ja mal richtig hart ok auch mit der diegel konnten austeilen nein da bin ich jetzt aber da schade trotzdem paar kills sind es geworden werden wahrscheinlich auch die einzigen bleiben du machst es ja und damit holen wir die erste runde obwohl es wir haben die bombe detoniert wieder vorne wird wahrscheinlich wieder abgesmogt heißt hier ist wieder meine position ja läuft oder shit man hätte ich mal auf diegel gewechselt aber da machst du nichts er checkt nichts so holt euch die letzte mal wir haben die runde verloren die bombe wurde entschärft nicht gut gar nicht gut ich gehe wieder hinten lang aus dem weg vielleicht rennen ja wieder ein paar rein da kommt wenigstens einer okay erster kill zweiter kill jetzt kommt er von rechts mensch warum schön junge belebt alle wieder letzte macker ist am start ja wir versuchen es diesmal rechts die runde beginnt jetzt den habe ich verfehlt den aber nicht warum machst du das denn schade ich meine als sniper macht echt bock aber ich bin schon viermal gestorben oh junge wattenpech wir geflogen ist ja die runde geben wir ab wir haben die runde verloren die bombe wurde entschärft kümmert euch um die bombe oh sehr schön gucken wie es auf der anderen seite läuft geht in deckung granate und zeig dich komm nein shit man habe ich gedacht ich guck noch ein bisschen weiter raus ich mal ein bisschen enger abgeähmt wie geil ist das denn die checken nicht dass er perfekt ich bleibe direkt an der mädchen aus dem weg macht eine auf warum nicht da muss ich gut einstecken nein jetzt haben wir wieder ein mir erschreckt mich nicht so links fallen die leute hart immer schön außenrum erfolgreich wir haben die bombe entschärft nein jetzt brauchen wir noch eine runde dann haben wir das ding schon er ist die bombe deaktivieren und er beginnt wir wollen uns wieder in der mitte so nicht junge noch einer vielleicht natürlich nein mein gott der kann doch nichts mehr haben aber wir haben es geschafft wir haben die runde geholt 18 6 für meine erste sniper runde würde ich sagen ganz ordentlich und ich hoffe natürlich auch wieder dass es euch gefallen hat und danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal